Ja, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Agatha Christie's Poirot, das Böse unter der Sonne. Gut, wir waren stehen geblieben. Ah ja, hier war auch noch was. Für Mr. Hercule Poirot. Ich hoffe, Sie nehmen diese beiden Zeichen meiner Wertschätzung an. Das Buch und das Gerät. Viele große Männer, für die ich die Ehre hatte, gewisse Apparaturen zu konstruieren, von Ali Bay bis Jasper Mesklin, haben mich als Genie bezeichnet. In ihnen habe ich jetzt einen Mann gefunden, der wahrhaft einen Genie zu nennen ist. Viele danken, dass sie diese schrecklichen Missverständnisse in Manchester für mich geklärt haben. Ich bin nicht Houdini. Ich wäre im Gefängnis geblieben. Von einem Genie zu einem anderen, Bill Nichols. Kann ich umblättern? Nein. Der Zauberlehrling von William Henry Nichols. Mein Leben, meine Zeit und meine mechanischen Vorrichtungen für die größten Zauberer der Welt. So, ich musste gerade meine Brille putzen. So, wir fahren einfach fort mit unseren Ermittlungen. Genau. Der Nebel erebt sich. Es hat geklopft. Mal schauen, wer uns beehrt. Mal schauen, wer uns beehrt. Ja. 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 Diese Gruppe bedeutet mehr sehr viel, sie müssen es werden. Sehen Sie, ich denke, es ist der Himmelsbruch. Und damit lohnen sich unter normalen Umständen die Wirtschaft, die in der Ruhe. Doch es sieht echt einfach aus. Selbst die Künsten kann ich von den Mitgliedern verbunden. Und deswegen muss ich das sein. Ich will sehen, was ich tun kann, gibt die Nachfrage. Dieser Urlaub ist ganz heiß. Gut. Wer könnte das Foto haben? Wir gucken uns mal Poirot's Instruktionen an. Nach dem Geist von Tom Cutters ausschalten. Die Schreibmaschine suchen, die zu den Drohbriefen passt. Ist fest versperrt. So. Emily Brewster. Nein. Da ist auch nichts. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Musik so laut war. Aber ich mach die jetzt auch nicht leise oder so. Nö, 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 nö. Ah ja, da komm ich rein. Na, hier ist eine Schreibmaschine. Wir haben doch noch das Papier da, oder? Okay. Krägi. Da gibt's nur Schreibmaschine. Moment. Kann ich was am Bett machen? Nein. Schreibmaschinentür. Ne, hier ist nichts mehr. So, weiter geht's. Ah ja, hier komm ich auch rein. Was haben wir denn hier? Ja. Hier ist nichts Neues. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich... Ah. Hier irgendwas Neues? Nein. Jetzt muss ich wieder einmal rumlaufen. Gehen wir direkt hier rum raus. Ah, sorry. Mir fällt ein, ich sollte mal wieder speichern. Ich hab zwar jetzt noch nicht so viel gemacht, aber man muss ja nicht immer alles direkt neu machen. Zwei Tage ist es ja, dass ich das letzte Mal gespielt hab. Hallo. 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 Ja, glaube ich. Es hat es mir jetzt wohl gespielt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.